Und ich habe jetzt noch einen Chef-Selten-Erst, der ist in Geschäftsführung der Lurie Kahn. Die Kahn ist gekommen, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich denke auch zur Hoffnung, dass der Herr Kahn war der 2.1.2. Die Grüßensworte, der ist aber in Halle, Herr Kahn Hölle. Ja, liebe Achterkohle, Herr Kahn und Herr Oberbürgermeister, der Herr Kuhmann von den Jürgen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich finde, dass ihr hier gebraucht habt, bei den Schaden- und Schienweißen der Lurie Kahn für sich gewinnt. Ich bin bewusst für alle, sei es Ihnen zur Lage. Geben Sie die Distanz. Begeistern Sie Ihre Bekannten für andere Familien in der Arbeit von Ihnen. Und sagen zu Ihnen, Fahrt auf Hölle. Mensch, ich brauche Hürde. Wieder da runter. Denkt in uns Sie. Danke. Danke. Ich danke Ihnen allen. Ich denke Ihnen allen, darf ich hier. Der Herr Kahn war uns im Standort des R기를, ich danke Ihnen allen. Ich denke Ihnen allen, der Präsident, eine gewollte Sache hat, durch die Parteik über der Staatsoperhauptpräsidentschaft, Unser Autor von Marsella im Grosch, eine große Rolle, auch für unsere Gäste, noch kein Zahn. Ja, liebe Körse von Marsella im Grosach, der heute Tag ist ein großer Tag für Grosach, der heute Tag ist ein großer Tag für Grosach, der heute Tag ist ein großer Tag für Zürich, und wir sind in Deutschland, wenn wir in Zürich der heute Maßstelle setzen. Daran freue ich mich und ich sage ein herzliches Dankeschön, all denen, die das ermöglicht haben, die haben heute als Geburtstag geleistet, und ich bin Scholz-Heinz-Ober, ist Scholz-H-I, denn wir begeistern Deutschland. In diesem Sinne, der blauen Höhe, jederzeit, treu, 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 treu! Und natürlich, heute Abend, unsere Ecke Kasten, und wir haben uns geschätzt, und wir haben sicher auch die Wünsche-Heinz-Heinz-Heinz-Heinz-Heinz-Heinz-Heinz-Heinz-Heinz. Dann müssen wir heute noch anschließen, und wir werden gefragt, wie die Werbung jetzt alle machen kommt, dass es eine neue Situation ist. Und letztes Jahr war schon so etwas vergangen, der Werbung hat sich losgepasst, weil wir haben es nicht so geholfen. So, und jetzt sind es noch ein paar andere Plätze, und die Wirklichkeit, die Aufstudien besteht auch. Insofern bin ich sehr gespannt, dass das bei den Zuschauern zu einer Geburt gekommen ist, und ich wünsche uns heute viel Ablaub und vielen Ehrenlungen in der Laune! Danke! Herzlichen Dank, ich werke jetzt zu uns dahin gekommen, weil die Begaben sind schon in Größe und in Wünsche und in Wünsche und in Wünsche und in Wünsche. Vorgänger, zum Teil der Stadt des beiden Abends, Ich liebe die Herren, wir haben jetzt den Ehre bisher auf allen Verbanden gebrochen und ausgemacht. Das Wort freundlich, um den Wissen zu steigen. inguieren die Für einen Atmen zu setzen. Es Differlich, um stehen, Besuch em meinem bist. excellent bei dir will ich die und du wütigaco, nämlich das Jadi válas hier für dich. universo bin ich... Untertitelung des ZDF für funk, 2017